Danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ja einen Flyer gewonnen als erster. Applaudieren. Vom nächsten Thema kann man ja eigentlich nie genug bekommen, nachdem auf welcher Seite man steht, ob man es nun nicht hat oder ganz viel. Ich rede jetzt nicht hier um das, was unter der Perücke ist, sondern vom Flüssigen, vom Mammon, vom Money. Money, I can't wait. I get a good job of my pay, and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with 30,000, make a stash. Money, you get back. I'm alright, check. Keep your hands off my stack. Money, you get back. I'm alright, check. Keep your hands off my stack. Money, it's a hit. It's a hit. Don't give me that good, goody, good bullshit. I'm in the hotline energy. The stars travel in seven. I think I need a real check. Good night, bye-bye. Musik 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 Mommy It's a crime Share it fairly But don't take a slice of my pie Money So they say Isn't the rooftop for evil today But if you ask for reasons No surprise That evil Come away 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 Ja, okay, ich blieb mein Pinger.